Die Häufung von Leukämie und Schilddrüsenkrebs in der Umgebung des maroden Atommüllagas Asse lässt sich laut Bundesregierung nicht durch Strahlenbelastung erklären. Dafür müsste die Dosis 10.000 Mal höher sein, heißt es in der Antwort auf eine Bundestagsanfrage, die die Braunschweiger Zeitung zitiert. Vorige Woche war bekannt geworden, dass die Krebsrate in der Nähe von Asse doppelt bis dreimal so hoch ist wie üblich.